Musik Hi zusammen, ich möchte euch ganz kurz ein Produkt vorstellen, das ich heute entdeckt habe und in dem ich total begeistert bin, jetzt schon, obwohl ich es heute erst gefunden habe und heute erst auch gekauft und genutzt habe und trotzdem erkenne ich sofort das Potenzial dahinter Es handelt sich dabei um eine Foundation von Manhattan Das Besondere an dieser Foundation ist die Farbe Die ist nämlich extra mega hell Ich weiß, dass es super schwierig ist, gerade für Frauen mit einem Schneewittchenton eine passende Foundation im Drogeriebereich zu finden und deswegen empfehle ich euch die hier mit Das ist von Manhattan, wie gesagt, die Easy Match Makeup Foundation in der Farbe Soft Porzellan Ich werde euch die hier einmal auf der Handfläche auftragen Also die ist wirklich sehr hell So, jetzt denkst du vielleicht so Okay, ja, ich bin aber kein Schneewittchen Aber vielleicht hast du ja folgendes Problem Im Sommer hast du eine leicht gebräunte Haut und die Foundation, die du da benutzt hast ist jetzt vielleicht ein, zwei, drei Nuancen zu dunkel geworden Und wenn wir mal ehrlich sind Das kostet ja alles Geld Ich habe nämlich dasselbe Problem Die Foundation, die ich habe von Lancome Die habe ich im Sommer getragen, war überhaupt kein Problem Jetzt aber zu dunkel Also das ist die Foundation ohne Und das ist die gemischt Also dafür ist sie nämlich genau richtig Also ich bin dafür total begeistert Die Konsistenz ist eher flüssig Und ich würde sagen, die Deckkraft ist eher so leicht bis mittel Fassen Sie zusammen Also jede Frau mit einem Schneewittchen kann diese Foundation tragen Wenn deine Foundation zu dunkel geworden ist kannst du damit deine Makeups ein wenig aufhellen und mischen Oder wenn du sehr gerne dein Gesicht konturieren möchtest Kannst du damit auch dein Gesicht ein wenig an den gewissen Stellen aufhellen Also quasi damit highlighten Seid schnell, denn es ist wie gesagt eine LE Und davon gibt es eben nur sehr wenige Innenaufsteller Ich glaube drei Stück pro Aufsteller Also greift zu Als kleinen extra, extra Tipp Kann ich euch sagen Ich habe meine in einem Supermarkt gekauft Und zwar überall da, wo es auch so große Aufsteller im Supermarkt von Makeup gibt Da gibt es die nämlich auch Also meine habe ich jetzt geholt Bei Marktkauf Weil bei DM waren die nämlich schon ausgekauft Ja, ich hoffe, dieser kleine Beauty-Quickie hat euch gefallen Wenn euch das gefallen hat Dann gebt mir auf jeden Fall einen Launchen hoch Damit ich sehen kann, ob euch die Idee gut gefallen hat Und wenn es gut bei euch ankommt Dann werde ich sowas in Zukunft mal öfter machen Und ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende Restwochenende Ist ja schon Samstagabend Und wir sehen uns dann Tschüss 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 Tschüss